Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, und Boccherini ist natürlich auch, das kennt sicher jeder, auch das hat der Bobby im Repertoire. Hören wir doch gerade auch schnell hinein. Und natürlich darf auch Ludovico Ainaudi in meinem Programm von Bobby Moore nicht empfehlen, auch hier hören wir noch schnell hinein. Ja, wohl, Bobby Moore, gesagt auch gesagt, Musiker, klassische Musik und er ist natürlich auch Kunstmaler und am besten schauen wir hier gerade mal in seine Homepage hinein. Das ist wirklich ganz fantastisch, was er hier an Bilder kreiert von den verschiedensten Generationen und Genres, die er hier hineinbringt. Und zum Teil ganz fantastische Sachen. Da ist übrigens noch sein Atelier und da werden wir dann sicher auch noch ein bisschen mehr reinschauen. Wir sind ja nämlich im Atelier besuchen und selbstverständlich wird er dann auch noch ein paar Gedichte zum Beste geben. Auf die freue ich mich natürlich auch ganz besonders und auch sonst noch ein paar Anekdote wird er uns dann zum Beste geben. Also, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. Schaut Chili TV mit Bobby Moore und Xauox Art und ich freue mich, wenn ihr gleich zuschauen könnt. Und jetzt noch etwas in eigener Sache, was ich richtig gefreut habe. Schaut mal, da links oben ist ja das Chili Logo und das habe ich jetzt zum Flüstern gebracht und das finde ich einfach wunderschön. Also, ich wünsche euch Tschüssi Büsse miteinander und bis bald auf... Chili TV Das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik Chili TV Das Internet TV für Künstler, Kunst und Musik Chili TV Das Internet TV Das Internet TV Untertitelung des ZDF, 2020